Hier noch, hier noch Pilze, Pilze, hier ist ein Pilz. Zack, dann lass uns jetzt wirklich, jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Ja, oh, war der Name? Was? War der Name? Wo? Mach dich bereit zum Kämpfen, mach dich bereit zum Kämpfen. Mach dich bereit zum Kämpfen, ich weiß ja, ob hier links ein Name war. Hier hinter. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Waro und Team Lula. Ist ready to slurp? Moment, Dena. Ich hab dich noch nicht irgendwie hier angekündigt. Hast du noch nicht aufgerufen? Ja, ja, du hast dich wieder vorgedrängelt. Dena ist übrigens auch dabei. Herzlich willkommen. Hey! Drei, zwei, eins, go! Raub geht es da. Ist jemand da, den wir kennen? Nein. It's like nobody's here, we're all alone. It's so sad. Nicht weinen, Dena. Ich meine, es ist jetzt schon Folge 11, oder? Ich glaube schon. Also lange ist nicht mehr. Und this is like shit, because we have to fight. Wir müssen jetzt in der nächsten, in der 11. Wenn dieser Folge nicht mehr da ist, haben wir nur noch die 12, die 13, die 14 und die 15. Dann haben wir nur noch vier Folgen, in denen wir überhaupt kämpfen können. Und denen müssen wir kämpfen, weil wenn du 15 Folgen noch nicht kämpfst, bist du futsch. Ja, oder dann muss sich einer von uns opfern. Ach so, ich bin gegeneinander. Ja, ja, zum Beispiel. Okay. Dann überlebt wenigstens einer von uns. Das finde ich es eine schlechte Idee, weil ich stehe nicht so auf. Geh waaar! Habe ich gerade tatsächlich ein bisschen erschreckt. Also das war schon ein bisschen... So, ich guck, Chicken ist auf jeden Fall fertig. Okay. Brauchst du ein bisschen, oder hast du noch genügend Essen? Ja gut. Ähm, pfff. Juckt mich nicht noch. Juckt dich nicht. Okay, Dena. Dann gehe ich mal wieder so ein bisschen da vorne und guck mal, was hier so abgeht. Oh, warte mal. Ah, ich mache mir jetzt endlich mal Fackeln. Oh, die Maus gerade ein bisschen gesponnen. So, hopp, 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 hopp. So. Brauchen wir gleich noch in irgendeiner Weise viele Sticks? Ich glaube nicht. Äh, ja, Sticks nicht wegwerfen. Nicht wegwerfen. Nee, 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 nee. Aber ich brauche ein paar Fackeln. Nee. So, fünf Sticks haben wir noch. Aber wir planen ja sowieso an die Erdoberfläche zu gehen. Genau, am Ende dieser Folge gehen wir auf jeden Fall an die Erdoberfläche. Oh, ich habe 37. Das ist important. Freaking hell, wo sind meine Fackeln da vorne? So, damit ihr auch ein bisschen Licht habt, Leute. Zack, 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 zack. Wir dürfen nicht vergessen, hier am Ende die Pilze mitzunehmen. Ich habe gerade meine Pilze angepflanzt. Falls die Pilze auspflanzt, die wird auch mal an, weil falls wir sie vermehren, wäre natürlich chillig. Ach so, okay, 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 mache ich gleich. Guck jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen nach Erfahrungspunkt. Weil ich möchte natürlich auch gerne mal endlich meinen... Diamante! Juhu! Was ist denn los? Geil, ist mega nice. Einfach beim Erweitern von meiner Pilzform habe ich Diamante gefunden. This is nice, I like it. Ich sollte vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr hier... Okay, ich gehe einfach mal straight gerade aus. Weil so, dann gucken wir immer so ein bisschen in die Seite hier... Wir haben gerade eben ein bisschen geguckt... Oh, ich werde angucken. Von Revi. Oh, der also... Revi nur, ist nur Revi. Ey, Revi! Hallo! Du bist in der Aufnahme gerade. Du bist in Varro. Du bist in... Raus, geh raus, verschwinde! Du bist nicht mehr in Varro! Okay, tschüss! Tschüss! Er hat aufgelegt! Er war nicht, er talkt noch und liegt dabei auf. Das ist natürlich gemein. Ja, die wollen essen. Die wollen, dass wir zum Essen kommen, aber... Ja, ich habe auch schon richtig Hunger. Ja, ey, mega Hunger. Die müssen ja schnell schreiben, sonst gehen die ja weg. Warte. Ich schreibe ihm schnell. Mach einmal weiter. Ja, ich mach weiter. Du hast ja schon viel getan, dass mal wieder Dias gefunden werden. Pidizel hier irgendwie gerade so ein bisschen... Ah, aber du hast allerersten... Also ich bin noch hinterher gleich mit, glaube ich. Vielleicht sind wir auch noch relativ nah beieinander. So, schreibe ich dem Revin Siedel mal schnell. Revin Siedel? Bin, ähm... Noch 10 Min-Aufnahme. Ich lüge ihm einfach an, weil wir brauchen bestimmt noch 11 oder so. Ja, das könnte sein. Und dann müssen wir uns ja auch noch fertig machen. Ja, gut. Weil ich nehm prinzipiell, äh... Ich hab auch ein ganz anderes Aufschnitt immer, wenn ich Varro aufnehme, als wenn ich rausgehe. Ja, natürlich. Normalerweise sollten wir in Ketten... Was? Ne, ich hab nur aus Versehen meine Pickaxe weggeworfen. Achso. Mich kurz selber erschrocken, weil ich denn da für ne dumme Sache gemacht habe. Wir müssen doch mal wieder Pidizel, wir müssen doch mal ein bisschen Dias finden hier. Oder irgendwas anderes, was mir wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte gibt. Das wäre vielleicht auch mal ganz wichtig. Das ist definitiv wichtig. Ein bisschen Redstone. Ich hab das Gefühl, ich pflanze ja alles an und das wächst eh nicht, weil man halt längere Zeit an einem Ort sein muss. Aber man nimmt halt immer nur so ein, zwei Folgen auf am Stück und dann wächst das halt halt auch. Ach, shit, jetzt ist meine... Und wir gehen ja immer extra an eine neue Stelle und deswegen kann man auch nicht, während wir weg sind, wächst das ja auch nicht. Das stimmt. Meine Pickaxe ist einfach kaputt gegangen. Oh, meine ist auch kaputt. Fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen dreist, ey, aber... Alter, ich hab 22 Zombie Brains. Ich glaub, ich hab die von dir eingesammelt, oder? Achso. Die standen hier vorne. Ne, die will ich nicht wieder haben. Ich kann sie behalten. Mann. So ein Dreck. Hop, 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 hop. So. Warte mal, ich kann doch... Rein theoretisch könnte ich auch hier jetzt einfach ein bisschen... Egal. Ich geh jetzt einfach hier weiter. Hier ein bisschen was, ne. Verdammt, 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 verdammt. Aber was hast du denn heute Abend so Hunger? Was ist dein Lieblingsgericht? Wir haben ja das letzte Mal schon so ein bisschen übers Essen geredet. Aber was ist dein absolutes Lieblingsgericht? Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Die ist, um die zu beantworten, mir ein paar Gedenksekunden erbete. Und deswegen dich bitte, dein Lieblingsgericht vorzustellen. Auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet und muss ebenfalls ganz kurz nachdenken. Also ich mag halt verschiedene Dinge richtig gerne. Deswegen kann ich da jetzt nicht nur eine Sache irgendwie nennen. Okay. Kannst du mir da durchlassen. Hier ist einer von uns beiden halt immer, also sich vorbaut und der andere halt in die Gänge reinbaut. Dann mach ich mal kurz den Vorbau-Part. Jo, mach mal. So. Hau ich noch so ein bisschen das Redstone weg? Ja, das gibt Erfahrung, das ist immer gut. So. Ja, das ist, ich mag halt verschiedene Sachen. Also ich würde einfach mal sagen, ich stelle mal verschiedene Sachen vor, die ich gerne mag. Okay. Zum einen sind da so ein Wiener Schnitzel, aber so ein richtig gutes Kalbschnitzel mag ich echt gerne. Ich mag so ein Filet-Stack. Kann echt Hammer schmecken, wenn das so ein richtig gutes Filet-Stack ist. Hast du schon mal Ochse gegessen? Ne, Ochsen-Schwanz-Suppe. So hat kenn ich. Dann finde ich das in Ordnung, aber so an sich das Ochsenfleisch weiß ich gerade gar nicht. Das geht dann so in Richtung, das ist sozusagen wie die Wildschwein-Version vom Schwein. Und dann ist das dann so wie von so einem Rind, normalem Rindfleisch, das dann zu Ochsenfleisch, oder? Könnte es sein? Ja, also ich habe, das war eines der besten Stücken Fleisch, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Also es war richtig, richtig krass. Aber das kann natürlich auch einfach so sein, dass es halt einfach besonders gutes Fleisch war. Muss aber nicht sein, dass es an dieser Garteanlage lag, dass es Ochsenfleisch war. Also ich weiß, dass mir häufig, zum Beispiel Lammfleisch, finde ich, schmeckt mir nicht so, weil ich finde, dieser Nachgeschmack, der schmeckt nach Fell. Ja, das stimmt, das stimmt. Der schmeckt wirklich so, als ob das Fell wäre, was du da von dem Lamm isst. Und das dann so, na, finde ich nicht so lecker. Aber, ähm, ansonsten was halt, ähm, ansonsten, ich mag halt so ein richtig leckerer Steak. Das finde ich halt Hammer. Ich mag auch Pizza super gerne und so, ne? Oh, 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 oh! Boah, ich dachte, du wärst dir hier. Das war wieder, du alter Vordrängler, weißt du, ich bin hier so ein bisschen am Bauern. Nee, extra, ich bin hier der Arbeiter, der hier schön, du darfst da schön in den Seiten so nach dir suchen und ich baue hier den Gang aus für dich extra. Okay, okay, Chef, entschuldigen Sie, ich wusste ja nicht, dass ich hier, okay. Ja, gut, ja. Das hat alles schon seinen Zweck und Sinn. So, äh, wo waren wir stehen geblieben mit, äh, irgendwas hast du gerade gesagt oder ich? Ich weiß, ich weiß auch nicht, was da los war, ich hab's auch schon wieder vergessen, ähm, nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen will. Aber, auf jeden Fall, so ein schönes Filet-Steak ist auch auf jeden Fall eine Schmeichung. Das ist der Hammer. Currywurst finde ich auch super. Nee, das kann, damit kann man mich zum Beispiel nicht locken. Currywurst, das ist für mich, nee, nee, komm, hör auf. Na, Geschmäcker sind verschieden. Ja, sowieso. Das sowieso. Hey, das hier einfach nichts ist, warte mal. Es ist komplett hier richtige Höhe. Wow! Da kamst du da wieder von der Seite rein. Ich schwöre, es war nicht mit Absicht. Ja, komm. Hör doch auf. Scheiß, wann haben wir angefangen? Wir sollten echt diesmal rechtzeitig rauslassen, um eine neue Basis uns auszusuchen. Meine Aufnahme läuft schon acht Minuten. Okay, warte, da war auch zwei in der Aufnahme-Konflikt. Oh, warte, 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 war der Zombie? Ey. Hat den Server betreten? Okay, um 20.15 Uhr haben wir angefangen, ist jetzt 20.22 Uhr. Sneak mal, ne? Okay, lass uns kurz sneaken und ein bisschen weitergehen. Mal gucken, ob die irgendwas schreiben oder irgendwas sagen. Heyo. Geht's? Guck mal. Weißt du, als ich gesagt hatte, lass was schreiben, damit dann denken die, dass wir keine Angst haben. Ja, das hat funktioniert, ne? Das hat funktioniert. Einfach Stegi oder Tim oder wer, ich glaub Tim war das oder Stegi, keine Ahnung, einer von den beiden war das. Hat einfach in der Aufnahme gesagt, oh, die schreiben was, die haben ja nicht mehr Angst. Oh, jetzt springen wir uns hier gerade an der Tür. Leute, was ist los mit euch? Vielleicht ist das Rewe, der denkt sich so, wenn ich bei denen da nicht anrufen kann, dann störe ich einfach dich direkt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja? Achso, nee, nee, alles easy. Alles easy, alles cool. Ich hab nur gerade ein bisschen Pipi in den Augen, weil er hat geschrieben, dass unser Damm ganz geil war. Ja. Warte mal, ey, ich kann jetzt, ja, ja, also das eine Mal, da klopft, da klopft gerade jemand an der Tür. Ich kann jetzt auch nicht weg. Nachher werden wir angegriffen, das kann ich einfach nicht machen. Ich kann jetzt hier einfach nicht weg. Ich bedanke mich einfach, Ari. Ey, nee, ich kann jetzt hier nicht weg, ich kann die Tür nicht aufmachen. Ja, es kann höchstens Rewe sein oder so. Ja, das stimmt. Es scheint aber sehr hartnäckig zu sein. Ja, das ist Rewe. Oder Simon. Ja, der, der, wenn, muss es Simon sein. Lass uns mal kurz in die Ecken reinbauen. Ach so, ja, 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 ich hab einfach nur Angst, dass die... Vorsicht, hier ist ein Labasee. Okay, ich hab einfach gerade nur Angst, dass die auf einmal hinter uns stehen. Weil die ents Haut ist. Nee, vielleicht klingeln sie auch gerade, das ist so eine ganz gewiefle Taktik. Ja, stimmt. Die sind da mit, weißt du, schönen LTE-Stick und allem. Ja, ja, stehen die einfach im YouTube-Haus-Flur. Das ist so genial. Hi, moin, na, wo kommt ihr so her? Ich würde sagen, lass uns Sachen holen und nach oben abhauen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay, lass uns den Kram holen. Gut, geh schon mal vor. Ich baue hier gerade nämlich nochmal kurz Eisen ab. Okay. Ich hab schon ein bisschen Angst, dich da jetzt alleine zu lassen. Nein, 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 nein. Ich laufe nur den Gang lang. Die sind nicht in unserer Nähe. Ich bin mir 100% sicher. Okay, ich vertraue dir denen, ja? Ich vertraue dir. Weil man sieht auch den Namen nicht. Und wenn sie, weißt du, wenn sie gesneakt hier ankommen, dann brauchen sie ewig, bis sie erst in den Bauern sind. Das glaube ich halt auch nicht. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Warte mal, ich muss sowieso nochmal verzaubern. Lass das verzaubern am Ende auf dem Weg, wenn wir Wechsel machen, weil ich glaube, wir sind schon wieder arke Zeit und die letzte Folge war schon, das letzte, da war es halt so blöd, dass wir da am Ende... Genau, das Leben ist kein Ponyhof. Manchmal hat man Pech, manchmal auch. Warte mal, jetzt kann ich doch hier Schapen ist, Schapen ist zwei. Du kannst zauberst gerade. Nein, 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 tu ich nicht. Ich schwör. Ich hab nur ein bisschen geguckt, was ich hier so hab. Ich hab aber leider auch nicht so viel Platz hier. Du hast ja noch ein bisschen Zuckerrohr und die ganzen Pilze. Mann, das Zuckerrohr ist einfach kein einziges Ding gewachsen. Siehst du, da ist kein einziges Zuckerrohr ausgewachsen. Das ist traurig. Aber, wir haben eben gerade schon gesagt, das Leben ist kein Ponyhof. So, hier sind noch ein paar Pilze, die müsstest du noch mal mitnehmen. Die stehen hier oben. Warte mal, die Ventar ist voll. Warte mal, die Protection Chestplate, na egal, ich lass die erst mal da. Ich hab so viele Dias bei mir. Hab ich denn hier, warte mal, kann ich dieses Schapen ist noch... Ey, das Schwert ist nutzlos, das kann ich nirgends... So, dann setz ich das mal, okay. Hast du alle Pilze? Ja, lass uns jetzt... Hier noch, hier noch Pilze, Pilze, hier ist ein Pilz. Zack, dann lass uns jetzt wirklich, jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Ja, oh, war der Name? Was? War der Name? Wo? Mach dich bereit zum Kämpfen, mach dich bereit zum Kämpfen. Mach dich bereit zum Kämpfen, ich weiß nicht, ob hier links ein Name war. Hier hinter. Ich weiß nicht, ob ich mich getäuscht habe. Ja, dann komm kurz zurück, ich muss kurz mein Inventar sortieren. Hier sehe ich niemanden? Hier sehe ich auch niemanden. Den, den, stopp, stopp, nicht zu weit nach vorne. Komm, komm mit hier, dann komm mit. Vielleicht hab ich mich auch getäuscht, vielleicht hab ich mich auch getäuscht. Alter. Alter, kein Scheiß, ey. Komm, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Wollen wir öfen? Wir haben hier nur öfen. Gerade hast du den Entschordning-Table eingepackt? Ähm, warte, ich kann das gerade nicht... Ja doch, doch, sonst würde der da ja noch stehen. Okay, ist der Amboss weg? Weil das sollten wir nur mitnehmen und danach lass einfach abhauen. Ja. Ja, ich hab beides mitgenommen. Ja. Okay. Perfekt. Ja, wir müssen nach oben. Soll ich mich einfach straight nach oben graben? Ja, bau dich straight nach oben. Okay, mach ich. Aber ey, wie viel Spitzhacke hast du noch? Weil ich... Äh, genug, 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 genug. Okay. Können jetzt natürlich auch einfach wieder zurückgehen. Äh, nicht super viel. Wie viel hast du noch? Ja, ich hab auch nicht mehr super viel. Vielleicht Hälfte von meiner Eisenspitzhacke. Ich weiß nicht, ob wir damit bis nach oben... Aber du hast ja noch die Dia-Spitzhacke. Ja, die hab ich auch noch, ja. Also lieber, lieber die verkloppen, als in irgendeiner Weise jetzt hier... Deswegen draufgehen. Ich hab hinter uns zugemacht. Okay, perfekt. Das heißt, erst wenn er nahe war, können wir uns eigentlich nicht folgen. Mit Cleanstone. Mit Cleanstone, klar. Ah, perfekt. So. Bau ich einfach schön weiter nach oben. Wenn wir so lange nicht sneaken... Wir haben echt lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, ne? Ich weiß gar nicht, wie das da draußen noch ist. Vielleicht gab es ja eine kleine Zombie-Apokalypse oder so. Ja, vielleicht sieht das alles... Vielleicht gibt es die Welt einfach gar nicht mehr. Vielleicht ist oben alles ein Lavasee geworden oder so. Stell dir mal vor. Eine Schreckensherrschaft von irgendwelchen Teams, die einfach die Weltherrschaft an sich haben. Wir haben noch ungefähr dreieinhalb Minuten. Okay. Wir müssen sofort an die Oberfläche und müssen an der Oberfläche, müssen wir uns möglichst schnell fortbewegen an eine andere Stelle. Okay, machen wir. Ja, das kriegen wir hin. Da loggen wir uns dann einfach... Ja, das ist schon ein bisschen dreist. Können wir auch ein bisschen im Freien stehen einfach. Das wird, denke ich, kein Problem sein. Und dann können wir in den nächsten Folgen halt irgendwie an Bäumen und sowas alles was machen. Ne, vor allen Dingen brauchen wir Äpfel. Äpfel sind immens wichtig. Ja. Weil wir haben Gold, aber einfach keine Äpfel. Wir stellen uns halt einfach an irgendeine Ecke und in der nächsten Folgen laufen wir nochmal weiter an irgendeine andere Stelle. Und dann holen wir uns halt Äpfel irgendwie so. Gucken wir mal auf Zucker. Aber ich glaube, nicht ein bisschen Fleisch ist, denke ich, wichtig. Ja, das geht momentan, glaube ich, noch. Also Fleisch haben wir noch genügend. Ja, aber sollte man immer mitnehmen, wenn man die Chance dazu hat. Falls wir irgendwie sowas wie Melonen finden, geht das auch klar. Rewe hat mir eine Sprachnachricht gesendet. Der Junge ist... Der ist gut. Der ist... Der geht aufs Ganze. Der geht aufs Ganze. Genau, suchst du nochmal an. Meine Spitzhack ist kaputt. Du musst jetzt... Rewe? Warte, ich... Warte kurz, ich muss ja auf laut stehen. Wir nehmen noch zwei Minuten auf, oder so. Wir nehmen noch zwei Minuten auf? Ja. Kommt ihr gleich noch zum Vapiano? Ja. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Bis gleich. Tschüss. So, guck mal, Dina. Zeig ich knackig. So. Freedom. Oh, ich höre schon Schafe. Okay, das ist gut. Schafe sind ein positives Zeichen. Sind das scheinbar die Schreckensherrschaft der Eisengolems noch nicht begonnen hat? Naja, vielleicht sind es auch... Vielleicht sind es auch Zombieschafe. Oh, oh. Das... Ich höre die schon ziemlich laut und es regnet. Oh, der Regen bin ich ja nicht so... Vielleicht ist es saurer Regen. Oh, meine Spitzhack ist kaputt. Mein Diamantspitzhack habe ich aber noch. Du isst gerade, ne? Ja, ich habe was gegessen. Es war niemand, der irgendeinen Goldapfel gegessen hat oder so und dann... Naja, und der Pet tritt heiß und dann Bergmann und so mich töten. Okay, wir sind oben. Wow! Was? Direkt vor mir das Schaf. Achso. Wir sind im Dschungel hier rausgekommen. Oh, wir haben richtig Glück, dass wir nicht im Berg hochgekommen sind. Wir sind direkt im Rassenberg. Das stimmt, das war ein bisschen knapp. Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt sehr schön schnell, okay? Okay, ja, dann lass uns nicht durchs Wasser, sondern lass uns hier an der Seite längs. Ja, ich habe hier nur noch ein Tierschen getötet. Okay. Dann komm mal schnell hier. Okay. Schnell raus hier, schnell weg. Okay, wenn du hier irgendwo Melonen siehst, sag Bescheid. Ich sehe keine. Nee, ich sehe auch keine. Ich gehe mal kurz hier hoch und verschaffe mir mal so einen kleinen Überblick über das Ganze. Ja, wir werden... Oh, okay, 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 okay. Lauf geradeaus, lauf geradeaus, weiter. Wir laufen möglichst schnell weg, das ist das Ziel. Ah, okay. Lass uns hier längs. Hier sieht es gemütlich. Okay, bleib stehen, damit ich noch zu dir komme. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. Komm, komm, hier längs. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay, bin direkt bei dir, bin direkt bei dir. Oh, shit. Ich weiß ja nicht, aber das, was ich gerade noch draußen gesehen habe, ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Was war da? Da waren Öfen. Jo, wahrscheinlich. Lagen wir uns einfach bei Öfen aus. Dann müssen wir rausfinden, wer das ist und wenn wir uns dann wieder einloggen, logen wir uns genau dann bei denen ein und dann bekämpfen wir die einfach. Ja, das kommt nach dem Plan. Swag. Jo, du Swag, Swag. Swag. Warte. Swag, 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 Swag. Swag, 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 Swag. Oh, ich kann das nicht. Oh, ich kann das nicht. Swag. Leute, da war es für eine heutige Folge. Ein bisschen verrückt, ein bisschen durcheinander, aber wir haben, wir sind ja hier auf einem ganz guten Weg. Wir werden jetzt erstmal wieder an der Oberfläche ein bisschen was gucken. Hoffentlich Leute finden, die wir töten können. Und dann war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Aumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder. Und dann ein bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.